ok leute willkommen zu einer neuen folge zu meinen zweiten zwei feuersturm teil jetzt muss jetzt sein so bestimmt wollte jetzt wissen was für level ich bin zeige ich euch jetzt mal und spielern her die level sieht man jetzt habt ihr richtig gelevelt ich habe auch ein bisschen gelevelt die spezialtacken hier mit hand plus 1 schaubel ist uns war plus 1 kommt ein schuss bloß 1 musik ist dauerung habe ich dreifach drücker der er ist gut und intensiv streicht der turm level 1 wenn tose level 1 level 1 level 1 level 1 level 1 und der die haben noch zwei neue spielzeitwarte hat alles andere spielzeit gelernt der hier gerade vor kurzem auch noch ein bisschen trainiert flammtanzer gelernt und der hier hat doppelstern gelernt und jetzt so ein training was ich gemacht habe erstens war ich bei der alias akademie dingsbumster habe alles gemacht dreimal offensiv training dreimal spezialtraining und das andere einmal alles das zeige ich euch später aber bis habe ich keine rennung keine antwort bekommen ob ich das sein soll dass ihn lastig ist weil es hat sowieso kein unterschied gehabt das waren immer noch die gleichen gegner immer nur man hat nur andere art gute steigert bekommen verteidigen schnell und schnell und so und jetzt hier ich habe mal die fußballtour gemacht zum trainieren weil in den kommentaren hat auch einer geschrieben machen die fußballtouren die sind gut zum training ich kann auch gegen die auch noch spielen okay aber die die zeige ich nicht weil wir haben schon gegen die alle gespielt und es macht keinen unterschied und ich habe bisher nur bei der secret service im sr reingeschaut dass alle nsa hier die jenny storm und das ist wohl der kenne mit midax die andere muss sie noch machen was eine schatztunnel ist zeigt mir später wenn ich das alles jetzt gemacht habe auch screen aber wenn ihr das sehen wollt sagt es mir dann kann ich das aufnehmen aber ich glaube dann nehme ich das nicht mit stimmen ich muss einfach stumpf dann wie bei den polscher spielen bei jungs und man hat da hin zu bekommen nein ich will nicht spielen also man kann jetzt nachdem man gegen die gespielt hat sagt er man soll nach nara gehen um die okkult-academie zu treffen oder nach am rollen zu nehmen um gegen die zu kämpfen das werde ich jetzt mal machen ich muss nach nara 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 wo bin ich gerade eigentlich ich bin in nara ich weiß dann wo genau die sind sind die sind hier wieso kann ich das nicht gegen die spielen ich gehe gegen die spielen das sind die okkult-academie da kann mir keiner was anderes erzählen ach ja das muss ich auch noch kurz zeigen habe ich total vergessen dass ich diesen ort gar nicht untersucht habe hier der ort hier hier oben gab es eine truhe hier mit 15 oder 50 teamgeist punkte wollte nur sagen also so was was macht er denn hier was man das was machst du denn hier hm was ich hier mache das wäre ja eine gute frage na dann will ich sie mal beantworten mein name ist chester ross junior und ich träume davon fußballkommentator zu werden ich bin mit einem fahrrad bis nach nara gefahren um meinen traum zu verwirklichen ok das wusste ich nicht dass jetzt das kommt beim hirschte vor wurde ich an der rezeption abgewiesen seitdem sitze ich hier auf dem dach und plane meinen nächsten schritt ich werde meinen traum nicht aufgeben nimmst du mich auf deinen reisen mit dann können wir nicht einfach nennen aber was sollst du ja komm was größer ich weiß nicht ob ich will ok dtf oh meine mutter tut mir leid wenn ihr sie hört er will 3 was soll ich mit diesem ok das war jetzt auch ganz neu für mich ich wusste nicht dass er da ist ich weiß nicht wie ich den getrügert habe davor gab es den nicht wie habe ich das jetzt geschafft wenn ihr fragen habt wie ich das gemacht habe keine ahnung leute ich habe es irgendwie gerade hinbekommen ähm ok wenn das nicht klappt dann gehe ich nach tokyo zu am boulder junior high und irgendwo soll der komische typ sein der anstecker kauft äh annimmt den habe ich bisher nicht getroffen warte ja diese zuwege habe ich vermisst so kann ich gegen dich hier kämpfen hey mark lass uns auf ein freundschaftsspiel gegen abweiler ja geht klar ok ok so schnell kann man ein freundschaftsspiel machen geht klar wir werden nicht aufgeben weil du uns ja 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 ok diese einstellung gefällt mir freuen wir uns ob wir dir helfen können ok mal hören wer muss das gegen abweiler kämpfen damit ich ihn okkult kämpfen kann kann auch sein mal sehen mal sehen wir testen jetzt einfach mal aber hier nochmal wenn ihr die fußballtour wirklich sehen wollt dann sagt bescheid dann nehme ich das auf ist kein problem ich glaube ich bin einfach so stark jetzt wie die aber naja mal sehen tja das war wieder dieser dumme Fehler den ich öfters mache Stormball komm mal her so Eislaufblock plus eins ich mag nicht so den wesentlichen unterschied zu den normalen aber da muss es einen unterschied geben jetzt lauf mal so ich habe jetzt hyperakku plus eins rostenball und die attack hier Tonabombe schaut euch die mal an ja er macht einen schuss mit seinem Blutting Tornado-Fänger bist du schwach Promo Tor Tolles Tor und der Hitlergruß wieder mal so gut geschaut ja 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 ein schuss für den äh von Leuten wie euch hab ich nicht kaum gesehen mein Zweifel bereut sich äh mein Zweifel bereue ich ich hab das auch wieder mit dem Lesen das ist irgendwie scheiße und ich bin irgendwie auch zu schnell für die die lauf meine Kinder lauf ja komm ich will deinen Schuss will ich jetzt mal sehen du machst die Mauer um zu leveln du machst die Mauer um zu leveln du machst die Mauer um zu leveln da war doch nichts anderes von dir warte wo ist Janos da bist du was was ist denn zu da glaub mal da vorne Grätschen oh man oh man oh man oh man yeah ach ja ich hab was rausbekommen ich kann auch die heiße Phase ich hab nur vergessen wie man die einsetzt jetzt kommt meine heiße Phase ihr Bastarde hab ich den Ball? hab ich den Ball? schieß du ins Tor? bist du ein Vollidiot ach warte wo ist Janos? komm mal mit du kommst jetzt mal richtig nach vorne hier deinen Schuss will ich jetzt sehen Rechin aber ich hoffe du machst nicht den Ball hier hinaus so jetzt mach mal Doppelstern die hat er neu gelernt ja so jetzt mach mal Doppelstern die hat er neu gelernt ja hey hey du willst mich jetzt noch verarschen oder? ey ey das ist so eine Mist boah wie das jetzt mich gerade aufregt das war so eine dämliche Aktion von mir ganz ehrlich die die Attacke ist er hässlich oder? er hässlich ist aber nein aber ja ist klar es muss gegen Gelatt zu fliegen ähm gegen Faust zu fliegen das ist so genial von mir so genial Thor weiter Soraymund freisitt mich meine Freunde freisitt mich diesen für diesen genialen genial Schwuss vor mir Oh, ja, das Denkenstein. Guter Spieler. Guter Lesplayer. Hey, da... Wie seid ihr wirklich die Bestie? Darf ich mich ja wohl ein bisschen trainieren. Weißt du, der Kids FC hat in letzter Zeit ziemlich an beim Flusshofer trainiert. Ich glaube, sie werden gegen uns spielen. Du musst mal... Hallo sagen. Wir sollten jetzt... Äh, ja. Wenn du mal gegen uns wieder spielen willst, dann spreche ich mich einfach... Herr Witterrand, man sieht sich... Ah, okay, jetzt sind die jetzt bei... Jetzt sind die bei mir. Okay, Level Up. Okay, jetzt gehe ich mal zu Kids FC oder wie den heißen. Äh, Karte. Zum Flusshofer meinten die. Wo ist der alte Knacker, der das alles kauft? Den muss ich auch noch suchen, der ist ja irgendwo in Tokio. Das weiß man ja schon. Jetzt, wenn ein Parkinan den Arsch will, so ist aber wichtig. Muss ich mit dir reden? Oh, Marc, möchte ich das doch nicht mehr machen, ja. Mit denen habe ich lange nicht mehr... Äh, seit Inusuma habe ich lange nicht mehr mit denen gespielt. Ah, okay. Flusshofer. Ja, komm. Hey, Leute. Trainiert ihr euch schon wieder? Selbstverständlich. Eure Typen können wir jetzt in der Zeit besiegen. Ach so. Das wüsste ich. Inusuma geht's FC. FC, okay. FC. Hab ich meine TP wieder aufgefüllt? Ich hoffe es. Okay. Oder die wurden automatisch aufgefüllt. Das ist also dann auch gut. Ja, die wurden automatisch aufgefüllt. Oder? Nein, die wurden nicht automatisch aufgefüllt. Das ist jetzt mal verbessert. Das ist kein Bastard. Hier. So. Wenn das jetzt nicht klappt. Okay, klappt. Ich glaube, ich lasse dich ein bisschen leiden. Jetzt lasse ich euch mal so einen Dreifachschuss leiden. So. Und so. Und nochmal. So muss es sein. Tor! Weiter so, Raimon! Ja, ich weiß. Oh yeah. Oh yeah. Ja, das muss der erste ordentliche Schuss sein, den ich jemals abgegeben habe. Den ich jemals abgegeben hatte. Was? Rage. Durchsetzen? Bitte. Okay, geklappt. Frostball. 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 Ich hätte mich jetzt richtig gewonnen, wenn er den jetzt aufgehalten hätte. Tor! Vorwärts, Raimann! Okay.